Wie findet man den Flaschenhals bzw. das, an dem man gerade arbeiten sollte? Es ist super wichtig zu verstehen, dass man nicht erstmal... Also viele Leute, sagen wir es so, viele Leute gehen sehr schnell in die Aktion, also denken, sie haben ein Problem und arbeiten sehr schnell daran und verwenden viel Zeit in die Lösung des Problems. Und der kleinere Teil geht aber, also in der Zeit, in der man sich Gedanken macht, darin, was ist eigentlich das Problem und was ist eigentlich das Bottleneck? Und das ist eigentlich eine Sache, die sollte viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Du solltest 90% der Zeit damit verbrauchen oder damit verwenden, rauszufinden, was ist eigentlich das Problem und das wirklich zu verstehen, was ist das Problem, das wirklich zu finden, was ist der Flaschenhals und dann eine Lösung dafür zu finden. Aber die Lösung ist oft offensichtlich, wenn du das Problem gefunden hast. Beispiel Facebook-Werbeanzeigen. Leute schalten Facebook-Werbeanzeigen, bekommen Termine für ihre Tutorialsleistungen und dann auf einmal gibt es zum Beispiel weniger Termine oder es kommen generell wenig Termine rein. Dann wird oft auf eine emotionale Art und Weise irgendwas gemacht. Dann so, ja ey, wir sollten das Video anders machen, wir sollten ein Chatbot einbauen, wir sollten das anders machen. Anstatt genau zu gucken, welche, also sind wir profitabel? Wenn ja, dann lasst uns genauso weitermachen. Wenn weniger Termine reinkommen, wir trotzdem profitabel sind, lasst uns genauso weitermachen. Also es gibt erstmal kein Problem. Und wenn es dann doch, wenn wir einfach nicht mehr profitabel sind, was ist letztendlich das, an das wir arbeiten sollten? Und die richtige Frage sich zu stellen, ist oft viel, viel schwerer als letztendlich dann die Antwort dafür zu finden. Weil wenn du die richtige Frage hast, ist die Antwort offensichtlich. Wenn du dieses Problem gefunden hast, ist die Lösung offensichtlich. Das heißt, verwende super viel Zeit darauf herauszufinden, was ist das Thema. Also auch ein anderes Beispiel aus dem Sales, man sagt zum Beispiel, hey, wir haben zu wenig Kunden. Und dann ist die Frage, sollte ich im Quali-Call danach fragen, wie viel Geld man hat zum Investieren. Das ist vielleicht überhaupt nicht die richtige Frage. Also finde erstmal raus, haben wir genug Leute, die überhaupt sich ein Quali-Call oder ein Erstgespräch buchen? Gehen die dann auch in ein Verkaufsgespräch, in ein Strategiegespräch? Oder wie sieht da die ganze Quote aus? Und sollten wir uns gerade überfragen, ob ich nach den finanziellen Ressourcen fragen sollte im Quali-Call? Oder sollte ich mich eigentlich eher fragen, wie kriegen wir mehr Quali-Calls? Oder wie schaffen wir es, dass die Terminkalendereinladungen ankommen? Oder was auch immer. Aber arbeite viel intensiver daran, das Problem herauszufinden. Wenn, sag ich mal, du hast gerade zu wenig Kunden, dann fang nicht direkt an, auf LinkedIn irgendwelche Leute anzuschreiben oder was auch immer. Sondern frag dich erstmal, was ist denn wirklich die genaue Herausforderung gerade? Wo ist denn gerade der Flaschenhals? Und in vielen Fällen ist es zum Beispiel eher die Positionierung, als irgendwelche LinkedIn-Nachrichten zu verfassen. Dass man wirklich sich erstmal mit der Positionierung auseinandersetzt, um dann eben da auch inbound schon Anfragen zu bekommen. Beziehungsweise generell einfach den Kanal überhaupt zum Laufen zu bringen, weil man sich abhebt von anderen Agenturen auch. Nicht mal als Agentur angesehen wird und so weiter und so weiter. Und das sind dann meistens, sag ich mal, also in eine gut überlegte Umsetzung zu gehen, ist meistens viel, viel besser. Als einfach nur produktiv zu sein, seine To-Do-Liste abzuheben, äh, abzuarbeiten. Und einfach viel abzuarbeiten. Also, sag ich mal, sich die Zeit zu nehmen, auch mal rauszugehen, spazieren zu gehen. Sich das aufzuschreiben, was ist mein Ziel? Das hatten wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen in dem letzten Video. Was ist mein Ziel? Wo stehe ich jetzt? Was ist mein Ziel? Und was sind die Herausforderungen, die mich davon abhalten? Sich das mal ganz klar zu definieren und zu gucken, was ist jetzt der eine größte Hebel, wenn ich viele Optionen habe? Also, hoffentlich ist es ja so, du hast jetzt Status quo, Umsatz, aktuellen Umsatz zum Beispiel und ein Umsatzziel. So viele Maßnahmen würden zum Ziel führen. Du könntest irgendwie mehr Termine bekommen, du könntest irgendwie also mehr LinkedIn zum Beispiel machen oder mehr Facebook-Ads irgendwie mal ausprobieren. Du könntest ja wahrscheinlich verschiedene Dinge tun, um dein Umsatzziel zu erreichen. Und einfach immer genau schauen, was ist jetzt, was hat den größten Impact? So, was hat mit meiner Zeit, mit meinem Zeitansatz den größten Hebel? So, und den natürlich machen. Und oft verschlimmen wir Sachen, auch wenn du es, ja, glaubst du oder nicht. Ein Funnel, der mal gelaufen ist, um zum Beispiel Termine zu generieren für deine Agentur-Dienstleistung und der jetzt nicht mehr läuft, da ist meistens der Funnel nicht das Problem, weil der ist ja schon mal gelaufen. Also oft, wenn man so hektisch, sag ich mal, oder einfach produktiv irgendwie eine Headline ändert und hier und da, Hauptsache man arbeitet irgendwelche Sachen ab und hat irgendwie eine coole Idee und geht direkt in die Umsetzung, ist meistens dann eher ein Schritt zurück, weil dann so, dann die Sache, die mal funktioniert hat, hat es auf jeden Fall nicht mehr funktioniert. Also die Sachen, die Chance, Sachen kaputt zu machen, ist oft höher als die Chance, Sachen besser zu machen. Das heißt, was ich dir empfehlen würde, nimm dir Zeit zwischen solchen, also mach nicht einfach instant, wenn du eine Idee hast, mach das direkt so. Also so dieses, ja okay, ich glaube, ich brauche dir ein Chatbot auf meiner Homepage. Und dann suchst du direkt nach irgendwie Chatbot-Möglichkeiten, wie man die einbauen kann und baust auf der Webseite ein. Das ist, also, das ist meistens, nimm dir mal meine Zeit, überleg dir mal das genau auf, da stehe ich, da will ich hin. So, das sind gerade die aktuellen Herausforderungen so. Also, was genau analysiert, wie ist deine Conversion-Rate in Verkaufsgesprächen und, ja, wie ist deine Conversion-Rate vom Ersttermin zum Verkaufsgespräch? Das heißt, brauchst du jetzt eher mehr Ersttermine oder mehr Verkaufsgespräche? So, und wenn du sagst, okay, brauchst du auch noch mehr Termine, brauchst du jetzt mehr durch LinkedIn oder durch Facebook oder durch Ads oder durch Organisch oder durch Zielgruppenbesitzpartner oder, ne, wie machst du das Ganze? Oder beziehungsweise, was würde ich jetzt dir am ehesten Termine bringen, wenn du zum Beispiel noch nie Zielgruppenbesitzpartner genommen hast, genutzt hast, um damit Kunden zu gewinnen? Das ist wahrscheinlich ein sehr großer Hebel, weil du da eben noch sehr viel Potenzial liegen lässt. Wenn du, ja, einfach schon sehr viele Leute auf LinkedIn addest und das schon sehr involviert und persönlich machst, um da Kunden zu gewinnen, ist da wahrscheinlich nicht mehr so ein großer Hebel drin. Das heißt, du kannst dann auch diese einzelnen Möglichkeiten, kannst du so gesehen, ja, werten. Also, du kannst sagen, wie viel Zeit brauche ich dafür und welchen potenziellen Impact hätte das? Und dann kannst du sehr, sehr gut entscheiden, welche Tätigkeit sollte ich eigentlich als nächstes machen? So, und das ist komplett legitim, sich da mal rauszunehmen, Sachen nicht direkt zu machen, sondern mal ein paar Tage oder Wochen vergehen zu lassen, bis sie auch wirklich dringlich werden, weil dann sie auch, dann weißt du auf jeden Fall, dass es wichtig ist, das zu tun. Und ja, also, auch so dieses Verständnis der Produktivität oder der To-Do-Liste-Abarbeiten einfach zu drehen. Es geht darum, das Ergebnis zu erreichen, nicht einfach nur viel zu husteln oder viel zu erarbeiten. So, und dann hast du eine relativ klare strategische Übersicht, was du jetzt eigentlich machen solltest, in welcher Reihenfolge. Wenn man LinkedIn zum Beispiel schon, du schickst auf LinkedIn schon irgendwie 30, 40, 50 Kontaktanfragen jeden Tag, schreibst sehr persönlich, individuell mit den Leuten, dann, und du hast da einen sehr, sehr guten Flow, der auch grundsätzlich funktioniert, aber du kannst einfach, natürlich kannst du ein neues Profil noch hinzufügen, also mit einem neuen Profil auch noch Leute adden, aber du hast grundsätzlich einfach, bist da limitiert, du kannst jetzt nicht irgendwie 100 oder 200 Anfragen am Tag schicken, weil LinkedIn dich dann sperrt. Das heißt, vielleicht ist da ein kleiner Hebel, du kannst irgendwie von 30 auf 40 Anfragen pro Tag kommen, aber du kannst jetzt nicht irgendwie da super, super viel rausholen. Das heißt, das ist zwar wertvoll, braucht aber dafür, dass es nur einen kleinen Input hätte, oder einen kleinen Output hätte, sehr viel Input. Und das, dann wäre es zum Beispiel in deinem Fall dann, oder wenn das jetzt so bei dir wäre, hey, lass uns doch lieber Facebook-Ads machen. So, und da aber auch nicht direkt, okay, jetzt gehe ich rein in den Facebook-Bissimmanager und stelle dir irgendwas ein, sondern genau Gedanken machen, brauche ich das wirklich, will ich das wirklich, und da habe ich schon eine gute Positionierung, also sind die ganzen Checkmarks so gesehen gesetzt, und dann, wenn ich das mache, auch eben vernünftig, mit gutem Text, und dann auch nicht direkt wieder ausmachen. Also generell diese Hektik rausnehmen, ist eine super wichtige Sache, nicht Sachen direkt starten, dann wieder beenden, so emotional handeln. Das ist im Team super wichtig, dass du ein emotionales Verständnis auch für deine Team-Member, für deine Mitarbeiter hast und so, das ist super wichtig, klar. Aber im Business-Kontext, beziehungsweise in den strategischen Entscheidungen, sind Emotionen oft eher so, ja, sehr in der Momentaufnahme von deiner aktuellen Stimmungslage und nicht so sehr, was ist jetzt eigentlich wirklich der strategisch nächste Move. Das ist so gesehen, ja, eine ganz wichtige Sache. Das heißt, was du hier mitnehmen kannst aus dem Video, mach dir Gedanken, bevor du Sachen direkt umsetzt, also nimm dir Zeit, geh raus, geh spazieren, mal es auf dem Whiteboard auf, lass ein paar Tage oder Wochen verstreichen, bevor du random irgendwas machst und, ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann als Schritt 2, mal dir genau auf, wo willst du hin, also wo stehst du, wo willst du hin und was sind, welchen Wert hat so gesehen diese Tätigkeit, dich da hinzubringen, weil verschiedene Tätigkeiten haben verschiedene Werte aufgrund von, ja, Zeit, potenziellen Impact auf dieses Ziel und, ja, das sind wahrscheinlich so die beiden wichtigsten Kriterien. Vielleicht gibt es auch noch andere Kriterien bei dir, die da wichtig sind, aber, ja, das ist so das Hauptthema. Das heißt, das so dazu, ich hoffe, du konntest auch was mitnehmen. Weitere Videos zum Thema Positionierung, Marketing und so weiter findest du auch hier auf dem Kanal, das heißt, schau da gerne vorbei und wenn du Fragen hast, dann hinterlasse natürlich einen Kommentar, damit wir das beantworten können. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis später vielleicht.